Hey, was geht ab? Hier ist der 2NAP wieder am Start mit Batman Arkham Origins. Und klar, ihr seht, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Und zwar haben wir nämlich die Copperhead, ja Copperhead, Copperhead, Copperhead glaube ich, Head, ja Copperhead, haben wir da richtig verklatscht, ja, so richtig in die Tonne geknallt. Und so geil wie sie auch ist, die Sexbombe, sie war böse, wir mussten sie halt in ein so'n, naja, sagen wir mal so'n Container schmeißen, ja, wie kleines, kleines Müllstück, ja. War richtig geil, wir haben sie richtig verkloppt, aber es war ja auch nicht leicht für Batman, denn, der war nämlich vergiftet, aber unserer Alfred, der hat uns ein schönes Gegenmittel gemacht, gegeben. Und, ja, dann ging es nur hier ganz schön fit. Und dann haben wir Copperheads richtig weggeklatscht halt, ne. Richtig weckebums, ja, so richtig weggefickt haben wir so. So, jetzt müssen wir erstmal hier lang gehen. Und jetzt müssen wir nämlich, ähm, warte, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Wir müssen nämlich, Hauptmissionsziele fassen den Joker, genau, wir wollten nämlich den Joker fassen, aber der ist unten zu dir inzwischen. Dann kam ja Copperhead dazwischen und, ja, die haben ja verklatscht, sag ich jetzt glaube ich zum fünften Mal. Und jetzt muss mal, äh, die elektromagnetische Signatur des Elektronisches, erhalte die elektromagnetische Signatur des Elektronisches. Elektro-Elektro-Kötischnas? Kötischnas? Kattischnas? Ich kann nicht so gut Englisch, also, es habert so an der Aussprache. Äh. Boah, wenn ich aber richtig liege, boah, Alter, was los, ey, die ganze Zeit gehne ich nicht, komm, nehm ich auf, muss ich gähnen. Ich hoffe, ich steck euch nicht an. Ähm, wenn ich falsch liegen sollte mit meiner Aussprache, dann korrigiert mich doch bitte, als, äh, ja, schreibt mal einfach einen Kommentar. So, ähm, ja, wo müssen wir denn jetzt einfach lang? Wir müssen jetzt da runter. Und da sind schon wieder Wummsfallerag-Gegner. So. Da können wir auch lang. Aber, da bin ich jetzt erstmal hin, weil, da nehm ich so, da so ein schönes Tragedings ist. Also, haben wir erstmal weggeklatscht hier, so. Da haben wir drei von zehn, das ist schon mal schön. Und irgendwie hab ich das Gefühl, ja, dass unser Anzug durchlöchert ist, oder? Ja, der hat echt Löcher. Finde ich voll geil. Der hat Löcher. Ist der sonst noch lädiert? Ja, der Anzug hat ein paar Kratzer, oder? Ah, scheiß drauf. Ist halt Batman. Der kann einstecken, kleine Motherfucker. Ich weiß nicht, wo, wo kommen wir denn dann lang, wenn wir durch diese Türe gehen? Hm. Wir können natürlich auch hier lang gehen. Achso. Haha. Ne, kann man nicht. Wir müssen ja wieder zurücklaufen. Ladebucht Depot. So. Wir müssen ja hier lang wieder. Da liegt wer. Das ist mir jetzt aber egal. Hier waren wir auch schon. Ich finde die Türen so genial, die sind so groß, ey. Na, Gott sei Dank. Mein Rücken bringt mich noch um. Und was ist? Wir warten, bis die Typen auftauchen und das Zeug bezahlen. So. So. Ziehen wir uns das Ding. Zack. Jetzt gibt's Fresse, Junge. Alter. Au. Kaboom. Ich mach dir mein Ende. Ach, echt? Hier, komm schon. Ich wüsste das. Mitten in die Fresse rein. Na, 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 na. Na, 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 na. Können wir die Scheiße nicht irgendwie zerstören? Nee, konnten wir ja nicht. Ich glaub, wir müssen trotzdem wieder zurück. Ich frag mich, was das ist. Ich will das in die Luft gehen. Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Äh. Explosivgel auswählen. Cool. Ich muss diesen Kanister zerstören. Ähm. Komm schon. Stufenaufstieg. Oh. Sir? Ich lade eine Probe der Chemikalie hoch. Du musst für mich die Stadt danach scannen. Suche nach einer hohen Konzentration des Gemischs. Finde die Quelle. Dann bege ich sie lahm. Gewiss. Ich gebe Bescheid, sobald ich etwas gefunden habe. Gut. Zerstöre Black Mask 6 Drogenlager. Stufenaufstieg. Das wird wieder so eine schwere, schwere, aber wirklich schwere Entscheidung. Aber. Ich glaube. Ich nehme das. 25 Kugelsicherung für den Anzug. 100% Irgendwie. Jetzt sind wir wirklich O.P. Ja. Jetzt können wir den Rest eigentlich mal alles. So. Sonst gibt es hier echt nichts mehr so für mich so zu tun. Ne. Wirklich nicht. Echt nicht. Gut. Also da liegt nur ein Messer. Egal. Laufen wir mal weiter. Keine Daten vorhanden. Was ist das? Ich empfange kein Signal vom Electrocutioner. Ich muss weiter nach oben. Der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen. Ja. Finde ich auch, ne. Aber ist das ein Turm? Ich will den jetzt haben, den Turm. Weil wir gerade in der Nähe sind. Ey, ich markiere den, ne. Aber ich sehe ihn gerade. Hat irgendwas, oder? Schon den Jet gesehen? Welchen Jet? Fliegt schon die ganze Nacht über Gotham? Sowas habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich er noch... Jetzt geht's ab! Jetzt ist doch... Ja, das ist Batman. Was will er jetzt machen? Jetzt geht's, jemand? Hörst du endlich hinaus? Äh! Hast du nichts Besseres zu tun? Ja! Au! Au! Das tut weh, verdammt... Scheiße, nochmal. Haut um! Los! Du bist Batman, Digga! Warte, 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 warte! Ja, nix, warte, warte, warte. Genau. Ah, nix, hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal ein Ende. Ich bin enttäuscht, Batman. Du weißt schon, dass es Möglichkeiten gibt, Hindernisse zu umgehen, ohne sie zu zerstören. Hm. Jetzt muss ich erst mal gucken, was hier mit dem Turm so los ist. Wir sitzen in der Scheiße. Da haben wir halt von Gruppenarbeit. Ähm. Davon stehst du nicht wieder auf. Nettes Tag. Oh, der holt, der holt eine Waffe. Zeig dir, was wir mit solchen Flings anstellen. Bleibt genau da stehen. Oh. Das ist übel. Auf. Auf. Langsam. Langsam, aber... Ich guck dir nie auf. Zag. Au. Jetzt. Jetzt. Alter. Nein. Alter. Batman, du bist so ein Noob. Du bist so ein Noob. Verstand siegt immer über hohe Gewalt, mein Freund. Immer. Alter. Meine Fresse, sag ich mal. Sag ich mal. Ja, der hat so einen geilen Arsch. Alter. Aber egal. Egal, das ist nur eine Figur. Das ist... Das ist nichts anderes als eine Figur. Ja. Das ist... Ja. Sind wir jetzt bei dem Turm wieder, oder was? Jo. Super. Oh mein Gott. Jetzt gibt's aber wirklich mal auf die Fresse. Wo willst du jetzt noch hinfliehen? Entschuld' mich, es ist doch Weihnachten. Ne, nix mit Weihnachten, du Bimbo-Mann. Du hast mich aggressiv gemacht. Ich hab mehr Stil im kleinen Finger als der Pinguin im ganzen Körper. Der Kerl ist nichts als ein schmieriger, kleiner Waffenschmuggler. Ach nee. Komm schon, öffne diese Türe. Geht doch. Echt, ey. Wer braucht schon Türen, ne? Na, haben wir's? Ich war sicher, dass du scheiterst. Niemand hat so viel Glück. Du musst damit aufhören. Womit aufhören? Die Straßen zu säubern? Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihren Job macht? Das System von Korruption befreien? Ist dir eins davon ein Dorn im Auge? Oder etwa alle? Du benutzt gestohlene Daten, um Leute zu erpressen. Und? Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch netter als die Schläge, die du so gerne austeilst. Denk drüber nach. Yay, und der Gartner, und zur Karte hinzugefügt. Bam. Finde ich so genial, alter. Na? Geil. Ich finde das so schick. Irgendwie. So. Wir müssen jetzt... Wo ist denn das Ziel? Ist das der Turm? Nee, das ist hier. Das ist da. Enigma's Daten mit Reuer. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Reläse hier mit. Wenn du in der Kälte stirbst, dürfte eine Menge Schmerzen geben, heute Nacht. Also ich nicht so. Sehe ich nicht so, dass es heute Schmerzen gibt. Ich würde sagen, wir können auch gleich dieses hier holen. Oh, da ist ein Scharfschützer, alter. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn? Das Ganze tu, Wabu. Das ist doch übertrieben. Die Fledermaus ist nur ein einzelner Typ. Was willst du denn damit sagen? Dass wir ihn ignorieren sollen? Naja, wir haben nicht versucht, das GCPD auszulöschen, nur weil die Bullen uns zusetzen. Wann hat uns das letzte Mal ein Bulle Schwierigkeiten bereitet? Das ändert aber... Hm. So. Nicht an der Frage, warum lassen wir die Fledermaus nicht einfach ihr Ding machen? Meinst du uns verprügeln und an ins Gefängnis schleifen? Wer kann ja nicht alle schnappen, oder? Verbuchst doch einfach als Geschäftsriesen. Wo kam das her? Batman ist in der Hood, alter. Das ist einfach pragmatisch. Wo sind das jetzt? Ich benötige eine nichtbeschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Hier ist es doch schon. Bäm! Zack, zack. Ich schnitze dir ein Licht. Jetzt! Da müssen wir mit! Wer ist die Sitz? Erledigt ihn! Mein Gott, Alter. Bluten, Sack! Mann gegen Mann, oder was immer. Immer schön mitten in die Fresse rein. Nein, meine Fresse, hat so richtig weggefickt, Alter. Ich will nur, dass du fickte Belähe hast. Pass auf, dass ich nicht da hochkomme. Das ist zu viel. Das kann ich bestimmt nicht hoch. Hoffentlich brichst du dir den Hals. Ich behalte dich im Auge. So, das hätten wir... Das müssen wir... Da hin. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich habe Berichte über einen Tumult in Ihrer Nähe erhalten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sie sollten sich das vielleicht ansehen. Findet den Ursprungsort des Notrufs. Ach, nööööö. Nöööööööööööööh Was ist doch... Ist doch wieder so ne Nebenquest... Das ist voll fies. Egal. Machen wir erstmal die Hauptquest. Ich hoffe, dass es die Nebenquest noch gibt, wenn ich mit der Hauptquest... ...dann... ...ne Scheißidee. Black Mask macht euch fertig. Und dann wird es euch leid tun, euch mit uns angelegt zu haben. Der Typ macht niemanden mehr fertig. Näh. Dafür wird der Joker schon sorgen. Wir haben keine Angst vor euch. Na? Na also. Jetzt muss ich das Signal nur noch zurückverfolgen. Da ist was. Kleider ohne Boden zu berühren, durch die alle Ziele um ERR-Kleitübungen abzuschließen. Okay. Das Signal wird stärker. Das Treffen des Jokers findet wohl in New Gotham statt. Nein, ich will nicht ins Wasser. So. Wir müssen nämlich wieder... ...da hoch. Wir müssen jetzt da lang. Alter, wo müssen wir denn jetzt lang? Da lang oder da lang? Okay. Ich will nicht gut aus für die Killer. Ja. Killer Croc. Deathstroke. Und jetzt Copperhead. Wer wohl als nächstes fällig ist? Die hätten uns fragen sollen. Wie hätten sie vor Batman warnen können? Vielleicht sollen sie gar nicht gewinnen. Wie meinst du das? Naja. Vielleicht hat der Joker sie angeheuert. Und er benutzt sie, um Batman zu... ...dutieren. Er beobachtet, wie Batman reagiert. Alter. Wir müssen jetzt da lang. Okay. Doch. Komm schon. Wir müssen den Kerl aufhalten. Niemals. Alter. Ich drück doch schon ein bisschen ab. Wie macht er das? Ähm. Ähm. Lass mich einfach gehen. Nee. Will ich aber nicht. Hast du Pech, Junge. втор раз. Ich drbeer. Ich drbeer. Ich drbeer. Och dann hör battery.